Hallo und Willkommen zurück. Ja, wir werden jetzt gucken, dass wir hier irgendwie hochkommen. Ich will nicht, dass ich einfach meinen, durch die Entladung, mein Gebäude abreiße hier. Und ich weiß auch jetzt nicht. Wie hoch ich hier eigentlich bauen kann, bevor hier irgendwas zusammenbricht. Machen wir das eben so. Das wird schon. Bei meinem Glück habe ich zu wenig Ton bei. Boah, einmal geht noch. Zack. Guck mal, kommen wir hier rüber. Einfach hochbauen. Warum ist irgendwas? Wahrscheinlich ein goldener Zahn. Können wir so bauen? Dass wir jetzt auch sagen, wir gehen jetzt hier weiter. Zack. Oh Mann. So. So. Dahin. Na? Muss irgendwas drauf sein. Nicht unterstützt. Dann komme ich halt von außen. Ist mir auch egal. Ich weiß noch nicht genau, ob ich da effektiv hochkomme. Weil klettern bin ich nicht so mächtig hier. 30 Stück. Da ist irgendwas drauf. Ich möchte jetzt wissen, was da drauf ist. Ich kann doch noch 25 Stück bauen. Sollte aber eigentlich reichen. Und zack. Klingt bald an der Motte, wa? Das ist schon verdammt hoch. Auf dem letzten Stück hier. Ich bin gleich oben. Das ist schön. Ich glaube, er kann irgendwie hochklettern. Aber naja. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich und klettern. 15 Stück. 15 Stück. 15. Nö. Ich sehe nichts. Hilfen sie mir. Sind die friedlich? Knächtig? Sag ja, das kann nur eine Motte sein. Oh. Kacke. Okay, das ist fies. Alter, das Fundament ist im Arsch. Oh. Na komm. Komm. Ich schon. Äh, frisch und scharf und sauer. Kann ich hier nicht einfach noch... Bist du stark? Ähm, aufbrechen. Noch null getötet. Ich mach dich erstmal damit kalt. Bewegungsgeschwindigkeit runter. Na komm. Na komm. Na komm. Uff. Na komm her, mein Freund. Komm schon. Na. Na komm okay. ääh, mein Freund. Ja. Diese Schockentkabel. Die sind jetzt wahrscheinlich auch ganz geil. Motten. Skala. Okay, also wir schaffen es jetzt hier drauf zu kommen. Ich lasse das auch, falls wir noch eine Motte irgendwie jagen müssen. Ich sollte das andere Schwert nehmen, falls mich irgendwas angreift. Gut, hätten wir das schon mal erledigt. Das klingt echt nach einem Plan. Wie sehen wir eigentlich aus? Wollen wir den Mixer einfach mal probieren? Wir schlafen bis morgen und probieren den Mixer einfach nochmal. Könnte man ja theoretisch so machen. Wollen wir ja nach Hause einmal ausrüsten? Also reparieren und so. Und sich dann dem Mixer stellen. Oh, das klingt noch mehr an dem Plan. Ich möchte jetzt gerne einmal schlafen. Ja, komm. Hey. So. Bist zu wach? Du Highland. Naja, dann werden wir den Heimweg antreten. Beim Mixer haben wir ja schon gebaut. Dann werden wir den Mixer einmal machen. So. Andere Mutation. Abflug. Dann sollten wir das echt so hinbekommen haben, ne? Gut, da oben ist also eine... Oh, hat mir was runtergefallen? Ja. Da oben ist also eine Motte. Gut. Motten sind echt auch ganz cool. Die wird doch umspawn. Nur warum ich es so mit der Armbrust sich trägern kann, ne? Das ist für mich auch so ein bisschen Rätsel, ne? Okay, hätten wir das. Ich bin also noch zu wach dafür. Okay. Jetzt kriegen wir hin. Wir würden einmal durchreparieren und dann probieren wir den Mixer. Mö, ich will euch nicht. Schockentladung macht auch viele Umgebungen kaputt, ne? Was könnte mich da angreifen? Hier haben wir viele Larven. Wir werden es rausfinden. Entweder wir kriegen aus dem Maul oder nicht. Ja. Zack. Nee, nee. Ich habe keine Bedrohung entdeckt. Nö, nö. Und tschüss. Ja, da können wir doch ein paar Heilbomben machen. Dann sieht das schon gar nicht mehr so parkiert aus. Und wie das. Was er unten im Gras macht, weiß ich bis heute noch nicht, aber ist okay. Hm. So. Bin ich jetzt gleich froh, wenn ich jetzt schlafen kann hier gleich. So. Einmal wegpacken. Ich werde mal schlafen. Bin doch zu wach. Na, vielen herzlichen Dank. Mottenpelz? Ähm. Ja. Das ist nicht analysiert. Lässt sich ändern. Wir haben hier unseren... Lässt sich auch so analysiert. Was können wir denn machen? Ja. Ohne Rezept. Okay. Das müssten sie auch dringend erhöhen, ne? Dringend. Gänzt. Hm. Kann ich jetzt schlafen? Ich bin noch zu wach. Na, herzlichen Glückwunsch. Hm. Heilung. Gut. Vermietenbrocken. Boah, okay. Kann ich mir jetzt endlich diesen... Papier herstellen. Hm. Ja. Okay. Vielleicht das nächste Mal. Hm. Das einmal so durchsortieren. Hm. Inventar. Warum einmal das durchreparieren? Hm. Mieden. Wichtiger Klumpen. Dann gehen wir jetzt pennen und dann... Würde ich Eiscat sagen. Guck mal, wir haben uns das Mixertier. Ja, Essen habe ich unten. Äh, abschütten. Da muss ich unbedingt noch Kohle holen. Jetzt kann ich das Ding nicht mehr reparieren. Oh, was zu beißen. Ein Blick. Irgendwann. Nö. 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 Sonst ist es dem Mixer... Ah, Reparaturwerkzeug. Ah, das, das, das. Ich habe ganz viele davon. Irgendwann mal gebaut. Da ist eine Bombe. Da können wir uns noch zahlen. Jetzt ziehen wir uns nicht mal anstatt den Hut hier rein. Und dann haben wir gleich Reparaturwerkzeug da. Hm. Gucken wir uns mal den Mixer an. Den müssten wir ja eigentlich alle bis auf den Supermixer haben. Wenn das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Drei Verteidigungswelle sollten ja auch erstmal reichen. Da ist auch noch eine Uhr. Dann müssen wir mal gucken. Aber dennoch als nächstes den Dolch haben wir. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal die Mantis an. Das wird dann das nächste Ziel, glaube ich, sein. Sich den Super-Duper-Ships noch holen. Wir haben das. Oh, du. Wie Lenniger. Weg. Mein Essen. Mein Essen. Ich bin echt gespannt, was da für Viecher kommen. Ja, mehr als drauf gehen kann ich nicht, ne? Ja. 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 Das kriegen wir. Hässlige. Mehr davon noch. Ah, tschüss. Ne, ne, ne. So nicht, mein Freund. Was essen habe ich? Heilung habe ich? Grün morgen schon mit diesen, mit diesen Viechern umgeben. Peach Foss. Das Gefühl, wir werden auch ein Arsch voll Ameisen sein. Wenn man nicht klettern. Hm. Okay. Okay. Nein. Oh, die. Locke. In der Kopf. Oh, jetzt kommt der Mand, weißt du? Jetzt. Ja, verprügel sie alle. Kann sich auch nicht leiden. Aber. Wir gehen erst mal mit dem Dolch rein. Weil. Ich wollte schon sagen, das sieht aber komisch aus. Das ist lecker, es ist nicht hier drin, es sind Vieh. Die Spawn setzen. So, dann probieren wir das einfach mal. Ja, jetzt scheitern können wir nicht. Das ist ja der Vorteil daran. Na? Was greift an? Ja, aber was greift jetzt an? Vor allem von wo? Ich hoffe, die Wespen sind sehr uneinbedruckt. Äh, unbedruckt. Das ist die Sache von... Wo greift was an? Weil von mir aus braucht gar nichts angreifen. Oh. Zwecken. Na komm. Ach du Heiland. Ich muss nur Zeit gewinnen. Ich glaube, ich will. Wieso? Na komm. Alter. Wormit lädt sich das Ding nicht? Na komm. Oh, die Zappen sind so ultra nervig. Aber ich könnte mich zum Heilen nehmen. Ist zu. Oh Gott. Oh ey. Na komm. Boah, seid ihr ultra nervig. Weg. Komm. Weg. Wird gleich respawned hier. Komm, komm, komm. Respawn. Oh, du bist so... Oh nein. Oh nein. Weg. Komm, komm, komm. Na komm schon. Es ist stressig hier. Weg. Ich komme hier nicht mehr raus. Weißt du, ich komme hier nicht mehr raus. das war's deswegen du scheiße da muss was anderes einfallen lassen da müssen wir auf jeden fall stacheln bauen da müssen wir stacheln bauen okay haben es echt probiert wir haben es probiert wir haben doch es probiert gut wird jetzt hiermit schon mal sagen hey machen wir daraus mal eine kurze runde muss umbauen gut und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis denn tschau